Was war für uns wichtig, dass wir letzte Woche die drei Spiele gut spielen und was mitnehmen. Ich glaube, das haben wir gezeigt, die sind alle drei in Europa unterwegs. Wir haben gute Spiele gemacht und das war sehr wichtig für uns. Wir haben uns Selbstvertrauen geholt. Es war einfach gut für uns, dieses Glücksgefühl mal wieder zu haben und zu gewinnen. Auch wenn man sagt, jetzt kommt Fürth und da musst du genauso auftreten wie gegen Dortmund und Gladbach. Da darfst du jetzt nicht eine Stufe herunterschalten. Da hört man ja immer, ein kleiner Gegner kommt jetzt. Wie gesagt, gegen Dortmund, Gladbach und Hannover müssen wir gleich da sein, die Zweikämpfe voll annehmen und zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Das haben wir auch vor.